Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen an der Schwelle der heiligen drei Tage. Wir gehen und sind eingeladen, um das Herz Gottes besser kennenzulernen. Er erzählt aus seinem Innersten, er handelt aus seinem Innersten und das, was er an uns wirkt, das, was er in Jesus Christus tut, alles das, was uns in dieser Feier entgegenkommt, das soll uns umwandeln, unser Leben hinführen und heimführen zu ihm. Deshalb sind wir eingeladen, mit wachem Herzen und offenem Ohr nicht nur die Texte zu hören, sondern mitzugehen, den Weg Jesu zu gehen, um das Wesen Gottes besser zu erkennen. Wir sind hier auch mit dankbarem Herzen für das, was Christus uns schenkt, nicht irgendetwas, sondern sich selber in seinem Wort, im Sakrament, in dem er sich selber austeilt. Grund genug, Gott zu loben und Dank zu sagen. 5 König